So ihr Lieben, Herzlich Willkommen zu ProDeers, oder wie ich es nenne, Rote Kürze das Spiel. Irgendwas stimmt mit unserem Fahrstuhl nicht oder so, auf jeden Fall ist irgendwas kaputt. Wir müssen rutschern. Hallo? Oh, das hat er nicht, was er aufgeht. So, guck mal. Hier müssen wir drüberspringen. Ah ja, ich seh schon. Hier geht nicht. So, da runter. Sprinten können wir mit Shift. Aber... Okay. Oh, dieser Look, dieses teilweise pixelige, teilweise nicht. Dieses, wie nennt sich das? Dieses... D-Make-mäßige, Playstation 1-artige, oder zumindest 3DFX-artige, so ist es besser. Doom, Quake, so, ihr wisst schon, egal. Ich hab schon eine neue Tastatur gestellt, weil andauernd, wenn ich A drücke, kommt da nicht viel. Also wenn ich nicht nach links ausweichen kann, liegt's am Spiel. Äh, an der Tastatur. An der Rocket! Nur um das mal klarzustellen. Kauf keine Rocket-Tastatur, die sehen schön aus und halten nicht. Kann ich dreimal jetzt bestellen. Okay, hier ist jetzt viel Gulasch. Oh, ist der Kapitalat? Scheint so, ja. Bei Doom konnte man so um die Sprites drum rum gehen. Hier haben sie jetzt echt dran gedacht, tatsächlich für jeden Winkel, oder für fast jeden Winkel, so Sprites extra zu machen. So, was ist das, ein 23 Grad-Wukkel, oder so? Okay. Ah, ja. Guten Tag. Okay, hier geht's nicht viel weiter. Ah, der dicke rote Knopf für das da. Was auch immer das ist, das aktivieren wir jetzt. Okay. So, das sieht doch gut aus. Oh, ähm, ja gut, das ging jetzt daneben. Jetzt ist das ab. Und, wo ist man jetzt? Ähm, oben. Kaffee. Das Raumschiff ist jetzt aber nicht mehr in Kansas. In der Raumstation. Die Wolken sehen auch nicht gut aus hier. Also doch schon, aber nicht so, wie sie sollen. Guten Tag. Ah ja, da vorne sehe ich doch schon. Oh, oh, oh. Nein. Oh, das war eine miese Tour. Warum, nur warum? Oh, das gehört zum Spiel. Oh. Oh. Oh, geil. Was hier auch raus? Was ist denn schon raus? Oh, ein Wächter oder was hier? Oh, das sind die 13 Wächter. Das ist ein bisschen cooler, was hier. Ah, krass. Noch jemand was? Ja. Oh, das ist ja auch eine Mega-Pibole. Was ist denn jetzt? Haha. Seid ihr, kommt die jetzt auch runter oder was? Ja, da traut sich nämlich keiner. Versteht ja keine Sau, was ich sage. So ist besser. So. Okay, ab geht's. Hast du ein Kamehameha gemacht, Alter? Bro. Eww. Alles voll mit Glibber. Huah. Oh. Oh, wir müssen laden, okay. Ich bin im Sack rum. Okay, wenn ich im Sack rum bin. Das Sack rum ist das irgendwie. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Naja, okay, dann gehen wir mal ein paar Meter. Guten Tag. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Cool. Ich mache niemanden. Oh, der ist aber link hier. Jetzt hat er keine Hoden mehr. Moment, hier kann man, kann man ja auch her. Jetzt nicht so. Aber da, die Lava ist wieder so halbwegs hochauflösend und dann, aber die Knarre halt Megapixel-Kram. Also, ich finde den Look schon cool. Batz, 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 batz. Ui. Wo hast du denn du hingeschossen, ey? Wo hast du denn du hingeschossen, ey? Hast du Streit oder was? Sag dir mir jeden Stinkefinger. Ne, da komme ich nicht. Ne, da komme ich nicht lang. Ah, Scheibe. Dann kommen wir da gleich mal hin. Ist hier noch was? Ne, okay. Oh, cool. Upsa. Soll ich ganz kurz auch noch Zeugs nehmen? Ach, da waren wir eben auf der Seite. Kann das sein? Stimmt. Vielleicht auch nicht. Obwohl, ah, es sieht aus, als hätte ich da mal einen Spuren hinterlassen. Doch, das könnte ich noch. Ist ja cool hier, dass man hier so ein bisschen dreimal durchs selbe Level geht, aber andere Stellen entdeckt. Gefällt mir sehr gut. Bläh, bläh, bläh. Oh, da kann ich nicht hoch. Ja, komm doch her! Na, was willst du überhaupt, hä? So. Haha. Okay. Ui. Bin ich hier runtergefallen. Oh, ich habe eine A... Oh, oh. Jetzt komme ich zu den ganz vielen. Oh, der kann zurückschießen. Dafür konnte ich jetzt seine Knarre aufsabbeln. Ich habe... Was ist das? Oh, ich habe eine Schrotflinte. Oh, ich kann die... Oh, ich kann die aufladen. Ich mache euch jetzt allen... Aus euch allen... Gulasch! Ist noch jemand hier? Da ist noch jemand, oder? Ah, ne, das ist doch keiner. Nexus Point activated. God. Gehen wir jetzt mal hier lang. Boah, der ist immer noch da. Man kann ja nichts sehen hier die ganze Zeit bei dem Geschlurpe. Ah, okay. Dann erst mal das hier nehmen. Aha! Red Key. Okay. Ist das der Farsch? Achso, ist nur zugegangen. Hey, geht's doch auf. Ah, okay. Haha! Wee! Sehr nice! Boah, ist das groß! Oh! Oh, so groß war es gar nicht. Es war nur sehr nah dran. Was geht jetzt ab? Automap? Was? T for Automap? Oh. Das ist mal eine krasse Map. Sehr übersichtlich. Okay, wow. Geht auch da hinten noch weiter. Okay, krass. Okay. Das Loadout? Abgefahren, ne Scheiße. Okay. Hallo? Hm, 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 hm. Hallo? Guten Tag. Bist du kaputt? Scheint so. Oh oh. Nette Optik, also nette Effekte mit der Explosion. Hallo? Hier, komm mal hier lang. Ich will dich explodieren lassen. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Durchgeschnitzeltes. Was ist das da unten? Habe ich da auch irgendwas cooles? Was ist denn da ganz unten links, das 20 von 150? Hm, keine Ahnung. Was ist das? Na egal. Guten Tag! Na toll, voll aufgeladen. Nichts getroffen. Klack, 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 klack. Aha. Achso, hier habe ich Munition gerade herbekommen. Auch nicht. So habe ich das Gefühl, dass wenn ich da hingehe, dass ich dann keine Chancen mehr habe, das dazu bekommen. Zeig mal her. Wo kommt man da wohl hin? Da oben ist Lüftung. Aber da kam ich nicht einfach her. Nee. Okay. Auch nicht. Ah, Mist. Oh, krass. Ich werde neu ausgerüstet hier. Okay, das klingt, als wäre hier echt was los, oder? Irgendwie aber auch nicht, oder? Kommt noch mal her, da war doch noch einer irgendwo. Superschnell oder so. Okay, war gar nicht schnell. Geht jetzt hier richtig die Post ab? Ey, mach das nicht zu. Was soll das denn jetzt? Was ist hinter einer Scheibe? Bleibt das so? Ui. Ich bin mich hergekommen. Verwirrung. Was ich vielleicht unten rum? Wooh! 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 Wo kommen wir denn noch hier? Zack, zack. Wo sind die noch? Ja. Die geht richtig, die die Post haben. Okay. Ich muss noch ein bisschen Munition einsammeln. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Das kann man doch kaputt machen. Ja. So, Entschuldigung. Wer schießt denn hier auf mich? Oh, keiner mehr da. Oh, hello, mein Freund. Also ich glaube, wir müssen mehr zum Standardmodell zurück, oder? Da, 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 da. Okay, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Äh, nee, falsch, dieser Knopf. Haha, ich bin ganz aufgeregt.